Es gibt eine Regel, eine Stoppe, Halt Ruhe, setz dich hin! Wenn du lachst, hast du verloren, wenn du lachst, musst du dieses Video neu starten. Wenn du lachst, dann diese Waffe in dein Gesicht! Denn Ladies und Gentlemen, wir gucken uns heute wieder eine Versuche-nicht-zu-lachen-Challenge an, wer dir gefällt. Lass einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Warte mal, ist da ein Loch? Moment mal, warte mal. Ich weiß jetzt schon, ich werde verlieren, aber let's go! Versuche nicht zu lachen! Diesmal werde ich nicht lachen! Heute machen wir nicht! Bro! Alles gut! Heeeeeee. Bro! Nooo! Bro! Hey! Du bist zuhause, du gehst am Abend heimlich in Ombeglässer rein. Oh, jetzt meine Eltern, jetzt muss ich aber ruhig sein. Oh nein, wenn die das nämlich hören, dann krieg ich aber haußer... Mama, nicht den Hausschuh! Mama, sagst du mal nicht den Hausschuh! Ich hab nicht gedacht... Mama, was? Let me get a wave check. Okay. Hä? Moms on level. 9.745 Candy Crush Developers. Ey, ich schwör, jede Mutter spielt Candy Crush. Puh, ich lach nicht. Only in Berlin. Man. Bro, was? Okay. Mann, Mann. Du hast ein Problem in deinem Kopf. Nein, Bruder! Bro, es gibt zu jedem Worten Titel! Nooo! Nooo! Und du hast deinem Kopf und du, du hast ein Problem. Und du schreien. Amen! Sorry! Sorry! Sorry, Justin Bieber, sorry. Warte, warte, ich hab nicht gelacht. Wie lang geht das? Bro, WTF war das denn? LOL. Okay. Ähm. Was? Hey man, diese Challenge ist so schwer. Ich hasse es. Just when you think. Okay, 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 I got this. Genau, wenn du denkst, du hast das Leben herausgefunden. I got this, I got this, I got this. I got this. Alrighty, ladies and gentlemen. Super, klasse. Ooooooh. Wieso starte ich gerade mit Laoda? Was ist falsch mit mir? Wenn auch du jemand bist, der gerne Laoda-Wellen zuhause alleine macht, dann lass ein kostenloses Abo da. Denn es gibt jeden Tag ein neues Video hier. Okay, wir machen lieber weiter mit der Nicht-Lachen-Challenge. Das sieht auch kein, was ich hier sage. Okay, die Konsequenzen of Banana Overdose. Yo, ist Tee. Hä? Check ich nicht. Okay. Menschen zerstören die Natur. was, ich hab sie doch nicht gesehen. Bro, das geht die. Oh! Bro, what the heck, imagine, du hast einfach fünfzehundel. Woah! 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 Alter Stil! He's saying, for God's sake get me out of here. Ach so, er sagt, bitte bring mich raus hier. Hey! Seine Hand! Can I get a blue raspberry free? And then can I get a chicken chalupa? Geht's ihm mit meinem Pferd durch McDrive? And then could I handle? Ja, und noch ein, okay, noch einer. Pff, die Katze, lass mich schlafen, jo! Oh! Bro, ich hab... kann er auf Deutsch? Okay. No way, da war nur ein Chip drin! Digga, diese Clips sind so random manchmal. Bruder, da war nur ein Chip in der Packung! Ich komm gar nicht drauf, klar. Oh my God! Jo, okay, warte mal. Ganz kurze Regie. Können wir bitte kurz einen Zwischenstand haben? Wie oft hab ich schon gelacht? Null Mal? Perfekt, also ich hab die Chat schon nicht genommen. Ja, ich hab mich versprochen, ist passiert. Leute, ihr braucht gar nicht so tun, man, okay? Ihr, wenn ihr ein Referat, für mich ist es grad wie ein Referat. Vergleiche ich grad meinen Job, das, was ich seit 10 Jahren mach mit einem Referat, was? Ich sitz hier, heute zeig ich euch Schildkröten. Und was war eigentlich mein Punkt? Wieso hab ich diesen Vergleich angefangen? Was wollte ich denn damit ausdrücken? Wie viel kostet die Erde? Ich werde die ganze Erde kaufen. Ich werde die ganze Erde kaufen. Ich kann nicht wohl sagen, ich kaufe die ganze Erde. Was würdest du tun, wenn du der Lieder der freien Welt wärst? Ich werde die smartesten Menschen auf dem Planeten und sie auf mechanischen Beeren machen. Meine Frage ist, was ist mit dir falsch? Oh, ich komm gar nicht klar. Ich komm gar nicht klar. Ich komm gar nicht klar, Alter. So, ich. Okay. Hä, da sitzen laute Leute drin. Hä, was machen die da drinnen? WTF? Oh nein, 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 nein. Digga, er hat den Schlauch stecken lassen. Das war's komplett, man. Tom und Jerry im Real Life? Was? Bro. Okay, Mistakes were made. Er hat's gar nicht gecheckt. Er hat's gar nicht gecheckt. Er hat's gar nicht gecheckt. Bro. Du lässt dir schön die Arsch schneiden und auf einmal du denkst zu deinem Bro macht es richtig gut. Alter, Dude, Alter, der Herren, Bruder. Passt einfach einen Strich in der Mitte. Ach du Heilige. Bro, der Aufsatz ist einfach runtergeflogen mittendrin. Ach du Heilige. Alter, neues PC-Setup, okay? Bro, dieser Taschenrechner-Legende. Hä? Dieser Taschenrechner hat das Kind. Hä? Boah, was? Oh, da was schreitend der so? Wir haben ein Auto. Er hat sein Auto von der Werkstatt zurückbekommen. Und wenn er es angemacht hat, ist... Shrek. Alrighty, gut. Der Mitarbeiter hat Shrek angeschaut, während er das Auto repariert hat. Oder hat er das eingestellt? Ich weiß es nicht. Aber das ist anscheinend da gewesen, als er das Auto wieder zurückbekommen hat. Ladies and Gentlemen, das war aber nicht. Versuche nicht. 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 Ich hab tatsächlich nicht ein einziges Mal gelacht. Ich hab's mal wieder geschafft, nicht einmal zu lachen. Easy, diese... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.